Einen wunderschönen guten Tag hier bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benjamin und Steve. Mein Name ist Steve, bei mir ist der untote Benjamin. Hallo! Und wir spielen heute für euch die Telltale-Game-Serie The Walking Dead Season 1 und auf geht's. Ja, das ist bestimmt diesen geilen Grafik-Style. Ich denke, du hast es nicht getan, Dan. Oh, okay. Was? Ja, äh, warum sagst du das? Ich, ich, oh, ah, und die Zeit läuft ab, okay, alles klar. Äh, warum sagst du das? Ja, sagst du, ne? Und du, lass mich raten, du hast es nicht getan. Ich habe ein paar Freunde nach dieser Präsentale getrunken. Oh, okay. Oh, okay. Es ist meistens jetzt, dass ich das nicht getan habe. Was? Äh, ja, das wusste nicht von mir. Bad von mir. Weil Leute in deiner Position haben bereits genug gesagt. Tja. Ich ziehe dir jetzt auf den Rückspiegel. Ich habe dir ein bisschen geholfen, du bist ein Macon-Jahr und alles. Ah, wir stammen also aus Macon. Du stammst also aus Macon? Äh, was ist das? Okay, wir sind aus Macon. Ich versuche mal, erstmal eine persönliche Bindung aufzubauen. Okay. Äh, die Polis. Sure is. Good. Okay. Okay, also jedes Mal, wenn wir in den Spiegel an Ditchen irgendwie einen Dialog mit ihm starten. Okay. Willst du wissen, wie ich es sehe? Hab ich denn eine Wahl? Natürlich nicht. Das hat er mitgekriegt. So. Wäre schon möglich. Oder seht ihr den falschen Mann geheiratet? Ich glaube, sie hat den falschen Mann geheiratet. Wollen wir mal ein bisschen Tiefstapeln erstmal. Jetzt haben wir schon ein paar Helikopter hier. Er war ein älterer Mann. Mit soviel Augen, hinter einem Paar von smarten Schildklassen. Und er war einfach wach. Er sagt, es war nicht ihn. Er schreit und schreit. Genau, wo du sitzt. Dann, bevor lange, er beginnt zu kippen. Wie ein fussy Baby auf einem Flugzeug. Und ich sage ihm, dass er aufhören muss. Aber das ist Regierungsprozesse. Und ich werde ihn aufhören. So, wenn er aufhört und nicht alle diese Optionen verhört hat, er beginnt zu kriegen für seine Mutter. Mama! Es ist alles ein großer Fehler. Es war nicht ich. Man, vielleicht war er unschuldig, dass er etwas getan hat. Man. Man. Nicht so nah. Sie haben den F**ker reingangt. Er schraubt seine Frau. Sie schraubt sie, als die Jungs durch die Tür kamen. Er sitzt in meinem Auto, schreit und schreit, blöde Mörder, dass es nicht er war. Ich glaube, er glaubte es sich selbst. Es geht um zu zeigen. Die Leute werden verrückt, wenn sie glauben, dass ihre Leben vorbei ist. Ich habe noch einen guten für dich. Dieser ist ein bisschen weniger depressiv. Hier, da, hey, hey, Straße, Straße! Mann, pass auf! So, wir waren nicht angeschnullt. Wir waren definitiv nicht angeschnullt, Alter. Okay, krass. Jeix, Alter. Oh, schön. Oder auch nicht? Oh. Das geht ab. Komm, Mann, bleib wach, Junge. Oh, Scheiße. Ich glaube, er hat den Korb zerwischt. Uffa, bedankt. Es ist ein bisschen noch nicht. Oh, schrecklich! Oh, scheiße! Ich fachlos! Meine Legge. Oh, Meiner. Hey! Hey, Opfley. Ist es gut? So, hier vorne haben wir das Gewehr. Ja, warum hat er seine Waffe gezogen? Dreimal darfst du raten? Los, kick it! Bam, los! Dreimal darfst du raten? Achso, du musst W sagen. Da oben steht er dran. Bewege dich jetzt mit der W-Taste vorwärts. Richtung Fenster. Ah, das ist ja auch so richtig geil. Scherben durch, wunderbar. So stehe ich übrigens jeden Montag auf. So. Oh Gott. Schmerz. So, okay. Ich wacke mal los. Ich will natürlich zum Wewehr kommen. Okay. Ich muss wissen, was ist mit Officer passiert. Ah, komm, los. Der Officer wird glaube ich nicht mehr viel sagen können. Da hinten ist anscheinend. Du sollst das ansehen. Du sollst das nehmen. Du sollst das nehmen. Ah, okay. Du hast so ne... Ah, okay. Du sollst das nehmen. Ja, doch. Das ist Montag bei mir. Schuhe zu binden. Aber warum nimmt er das denn nicht mit? Da vorne ist doch die Munition. Ah, scheiße. Ja, nimm sie. Grappig. Obwohl, die wird leer sein, weil er sie verschossen hat. Oder? Das hört sich aber auch echt nicht gesund an. Ne, das hört sich nicht gut an. So, jetzt nimm Gewehr. Nimm das Gewehr, brich hier nochmal die Knie. Oh, oh. Oh, oh. Oh, schön. Na, ladet doch bitte. Okay, also wir müssen erstmal die Handstellen loswerden. Okay, also wir müssen erstmal die Handstellen loswerden. Verstehe. So, dann. Hin zum Kopf. Okay, Polizei ansehen. Okay. Oh, Schlüssel nehmen. Schlüssel, wunderbar, die nehmen wir uns. Give it to me. Und aufschließen. Shit. So, wie ihr seht, komm. Oh, wie, das Spiel existiert nur aus Quicktime Events. Oh, oh. So, dramatisch. Ja, wer weiß. Nachher hat er Hunger oder so. Ja, tatsächlich, ähm. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ich, ähm. Weil der Zombie... Fitting schnell. Oh, scheiße. Okay. Oh, scheiße. Ja, jetzt doch, denn wenigstens die... Die Schroppflinte. Also, nimm sie, Mann. Nimm sie doch. Los, Mann. Nimm sie doch. Äh. Nimm sie. Komm. Und jetzt... Und jetzt... Da kenn ich nichts. Da kenn ich nichts. Da haben wir keinen Gefangenen. Name Dave. Dave ist in das Haus. So. Wissen wir überhaupt, wie wir heißen? Ne. Schutgun, Charles. Hilfe! Geh jemanden! Da... 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 Oh Gott. Oh, no, 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 no. Ja, das hat jetzt Lärm gemacht. Das war, glaub ich, nicht so gut. Ja. Ja. Ja, ist richtig. Oh Gott. Komm, ey. Wo ist man hoch, weg? Oh, scheiße. Alle voll mit unterten. Oh Gott. Mann, steh auf, Junge! Oh. Sie sind überall. Oh. Oh. Holzzaun, der wird nicht lange halten. Oh je, oh je, oh je. Ah, das Ding wird auch noch vom Efeu zusammen gehalten. Ja, die Zombies sind natürlich, wie man halt Zombies kennt, halt eher stumpfe, leere Hüllen, die nur fressen wollen. Und irgendwie durch tatsächlich Chirurg und Akustik geleitet werden. Falls jetzt mit Walking Dead nicht mehr Zeit. Hallo? Ich wundere, ob jemand zu Hause ist. Das ist doch die Butze aus dem Menü. Kann ich das nehmen? Ich möchte den Blumentopf nehmen. Ach so, hier können wir klopfen. Hier können wir klopfen, okay. Also Höflichkeit gibt es noch, ja? Naja, also noch, noch, also es ist ja gerade, es eskaliert ja gerade. Hallo? Soviel zur Höflichkeit? Ich brauche ein bisschen Hilfe. Naja, er klopft. Naja, er schlägt jetzt nicht die Scheibe ein. Öffne die Glastür. Ja, bei den Amerikanern auch immer so eine ganz heiße Sache. Ne? Gerade als Fabian hier. Da sollte man sich nicht langsam mal verarzen. Eieieiei, das sieht aber auch nicht so gut aus hier. Ich brauche mehr Hilfe, als ich auch. Okay. Ein Malbuch. Schauen wir uns mal an. Oh, die Unicorn. Wie schön. Toll. Oh. Blut. Blut ist an der Flur. Das ist nicht gut. Oh Gott. Er ist schon Slapstick-Charakter. So, jetzt gehen wir auf. Oh, Alter. Oh, je. So viel Schublin. So, komm. Ich trinke erstmal einen Schluck Wasser. Ja, dann machen wir. Oh. Kapseln du hast. So, schön. Was haben wir da? Hallo, ich bin kein Einbrecher. Ich durchwühle trotzdem ein Haus. Oh, ein Walkie-Talkie. Ja, der Sivin nimmt heute wirklich alles mit. Ich, äh, äh, ich nehme auch sonst alles mit. Ja. Wieso? Du hast aber auch jede Teppichkante heute mit. Ja, er ist, äh, ist halt nicht der, der Flink ist der auf der Beine. Ja, so sehe ich richtig viel, was in der Schublade drin ist. Mach mal die obere zu. Toll. Kannst du nicht? Ja, ist ja, okay. Was war das? Ich glaube, die Mikrowelle. Essen ist fertig. Nothing. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre der AB oder so. Ja, war, ob es ein Savannah-Area-Code ist. Die Marsh-Familie ist der Typ von Noten, die du einen Babysitter verlassen kannst. So, hoffentlich rutscht er jetzt nicht wieder aus. Wo ist denn? Was ist denn? Ja, wo ist der Telefon? Da. Aha. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt anmache. Nicht, dass jetzt hier, äh, ach so. Aber, komm, nur ist nur Fun. Weil wir ja so schnell sind. Als wenn da jetzt irgendwas wichtig für mich drauf ist. Das ist ja noch nicht mal dein Haus. Eben. Hey, Sandra. Das ist Diana. Wir sind noch in Savannah. Hey, Diana. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11.19 p.m. Clementine. Oh, my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please, let me know that you're safe. Ja, dann wird das nicht too shit. S3, left at 6.51 p.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Ach, krass, das waren die Eltern. Oh, man. Also, Clementine ist das kleine Mädchen. Vielleicht auch das kleine Mädchen, was wir draußen gesehen haben. Oh, das vom Gerät. Hello? You need to be quiet. Okay. Oh, wo ist das so? Das ist einfach still. Ich bin kein Monster. Bist du okay? Are you okay? I'm okay. They tried to get me. But I'm hiding until my parents come home. Ja, und wo? Bestimmt im Baumhaus. Oder hinterm Schrank da. Oben. Sieht so verbarrikadiert aus. Wie heißt du? What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Ah, wir sind Lee. Okay. Äh, where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside of my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Can you see me? Ah! 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 Ah, 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 ah! Ah, ah, cool! Ah! Ah! Ja, das war unser Walking Dead Season 1. Vorbei! Ah, 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 ah. Are you dead, too? Ja. Das war's? Das liegt jetzt nicht so gut. Quick time, Steve. Ja, okay, okay. Ah! 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 Oh, Gott, Alter! Mann! Ey, sag mal. Hochdramatisch! Hammer time! Lass mich warten, du hast jetzt von dem kleinen Mädchen gewinnt. Tritt sie doch! Nein, Mann! Oh, entschuldige dich bitte? Standbild? What? Wie? Ah! 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 Warte, 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 warte! Ah! 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 Nimm doch mal die, die Hämmer. Gib mir den Hämmer! Uh! Ah! Oh! Oh! Oh, wie finischt das? Ah! Oh! Okay! Gut! Trotzdem, äh, trotz der Comic-Grafik relativ explizit möchte ich meinen. Ja, das ist aber ein guter Start. Ja, ich will meine Eltern jetzt nach Hause kommen. Ich denke, das könnte ein bisschen Zeit sein, du weißt? Oh. Schau, ich weiß nicht, was passiert, aber ich schaue dich nach dem Endeffekt. Was sollen wir jetzt tun? Also, nachts draußen ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Könnte Stress werden. Sag du was. Ähm, suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Erstes denke ich, im Dunkeln sehen wir ja nichts. Das kann man übrigens vermutigen. Ja, es ist nicht sicher am Abend. Okay. Oh. Na ne, Clementinchen. Aber pass auf, wir fallen oft hin. Oh ja. Nein. Nein. Können wir rennen? Aber wir können einfach nur schneller humpeln, schön. Können wir uns nicht mal langsam verarzten oder so? Also, gibt es nicht irgendwie was, wo wir uns mal verbannt oder sonstiges irgendwie besorgen können? Ähm, ich guck mal, ob wir eine Art Inventar haben. Ne. Also, selbst wenn, wir haben noch nicht gefunden. Oh, was ist denn da draußen? Achso, die nehmen da ein Auto auseinander. Sieht zumindest so aus. Den Rechen nehmen? Oh, Mann. Also, ich gucke mir immer nach Mama zu einer Mama. Ich gucke mir mal, Mama. Ich gucke mir immer nach Mama zu einer Mama. Aber ich weiß nicht, ob ich gehen soll. Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen? Ich werde dich alleine lassen. Wieso, mal ehrlich, die Eltern... Naja, das ist eine gute Idee. Hey, Mann! Holy shit! Echt nicht! Wir werden dich nicht wehren. Ja, wir sehen aber auch so aus im Umfeld so. Ähm... Wir wollen hier raus? Weil du solltest. Diese Dinge sind überall auf dem verdammten Ort. Ich habe noch nie gesehen, wie das Gebäude, seit der Insel in Atlanta, 15 Kilometer zurück. Ich bin Sean. Sean Green. Lee, das ist Clementine. Ich bin Chet. Chet mit E, Alter. E und E. Chet! Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen, äh, merkt, was du gesagt hast und, äh, hat verstanden, was du gemeint hast. Die Monster sind raus. Wir müssen gehen. Oh shit! Let's go! So, nun aber schnell. Oh shit! Ich hab alles! Fall nicht hin! So, gut, komm weiter! So, du schaffst das! Ja, so ist gut! Ja, schieb! Rinn aber, los! Rinn in den Truck! Hopp, hopp, hopp! Sehr gut! Warum ist der Bildschirm so rot? Ist der immer noch, wenn sie verletzt sind? Weil wir uns immer noch nicht geheilt haben. Ja, tatsächlich ist ja natürlich, haben sie ja nicht umsonst in der Serie mal gesagt so, sind die Großstädte, sind natürlich Todesfallen. Also, raus aus Land und da, wo wenig Leute sind. Okay. So, okay. Well, run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Okay. Yeah. I didn't green us. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you, then. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So, it's just you and your daughter, then. Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah. It's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on the system. Sean, run on in and check on the system. You take a seat up on the porch, and I'll see my hair. So, der freundliche Westen. Der mittlere Westen. Das ist eine Mullbinde. Tut teuflisch weh. It hurts like hair. I bet it does. What did you say your name was? Mein Name ist Lee. It's Lee. Ich würde einfach mit offenen Karten spielen. Herschel? Das ist Herschel? Herschel? How did this happen? Okay. Kennt man den? Ich bin hingefallen. Auto-Unfälle. Herschel ist tatsächlich eine wichtige Person aus der zweiten Staffel gewesen. Okay. Sah aber anders aus. Was war die Frage? Einfach raus. Just out for a drive. Achso, warum du da so rumgefahren bist. Okay. When we hit a guy, one of those things you've been hearing about. On the road. Who were you with the girl? You're visiting. Is that so? Yeah. Oh, dat, dat, dat. Hehehe. You said we. That's all. Ah. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. Hey, 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 hey. Daughter are welcome to the rest there. Honey, when we're done here. I didn't catch your name, Darlin. Clem… Clementine. Ich kann nicht erinnern, was du durchlebt hast, Clementine. Ich schaue nach ihr, bis wir unsere Eltern finden. Hey Dad, also ich denke, das erste Mal morgen. Wir müssen die Pfanne um die Pfanne umsetzen. Das scheint nicht notwendig. Ich weiß nicht, was du auf der TV oder auf der Radie gesehen hast, aber es gibt ein paar wirkliche Scheiße, die den Fan aufbauen. Ich glaube, niemand weiß, wie groß es ist. Der Sonne ist richtig, du wirst die Pfanne umsetzen. Das ist so, dass das hier nicht passiert, Sean. Dad, ich bin ernsthaft. Lee, komm mal, erzähl ihm, was du da sahst, Mann. Man muss wirklich schnell lesen. Wir haben viel Spaß, wie es ist. Wir und die Leute in der Pfanne können in der Morgen helfen. Wir müssen das machen. Ich habe es gesagt, okay. wo du schnell was klicken musst. Irgendwie so ein bisschen wie bei Dark Picture. Achso. Danke. Ich finde es schade, dass wir den Hörscheln nicht wirklich der Serie so noch so ein bisschen nachgefunden haben. Ein bisschen älter und beglatschen. Achso, der hat gar nicht so volles... Graues Haar. Nö, er wirkt auch ein bisschen jünger und agiler als in der Serie. Okay. Aber halt ein wichtiger Charakter. Sehr sympathischer Charakter. Sehr sympathischer Charakter. Das war ein Schwer. Kannst du doch nicht machen. Du musst doch ein Vorbild sein, Mensch. Ich vermisse meine Mutter und Vater. Ah, Bernd. Wie weit ist Savannah? ziemlich weit. Aber ja. Oh. Okay. Ich liebe dich, Baby. Oh je. Hier peinigt von Albträumen. Eieieiei. Was ist uns denn nur widerfahren? Was haben wir getan? Tatsächlich habe ich immer bei diesen Ladesequenzen jetzt einen totalen Frame-Drop. Hey, komm. Okay. Oh. Im Game ja nicht mehr. Ich bin schmerzt. Das ist mein Boy. Uh, 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 uh. Duck? Yeah. Nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable treat lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But, he makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. Our family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. Hello, yo, yo. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I wanna build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Mhm. Mhm. So, okay. So, Jojo is auch mit dabei. Guck mal. Jojo, grüß dich. Hi. You know how to drive it? Sure you don't. I can give you a hell of a critique of the US farm bill though. I'm good. A tractor fahren. Trecker fahren. Trecker fahren. Trecker fahren. Nö. Duck, du kleine... du kleine... Doofbrot. How are you doing, Duck? Good. I'm going to drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Sean's still working on that fence. Hey, Lee. Ja? Ach so. Need a hand? That'd be great. If you could cut those two byes to length, that sure speed things up. Na, aber das mach ich doch mit links. Ja, komm. Hör ma. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Damn. No shit, damn. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, uh... Will man sowas beantworten? Na, ich weiß es nicht. I heard of a shoot one. I could shoot one. Maybe. Okay. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence belt. Dad just wants to keep the family safe and thinks, inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How was your family? My brother and parents are making. I hope. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. Man weiß es ja nicht. Soll man ehrlich sein? Soll man lügen? Was... Ich meine... Wir sind Verbrecher, so irgendwie. Das ist jetzt auch nicht so besonders vertrauenswürdig. Wenn wir jetzt auch... Ja ne... Ich bin verhaftet worden, aber konnte noch den Typen mal schießen, als ich herkam. Also... War ja auch unfair. Ne, das hast du ja auch nicht vergessen. Ja, ne, das... So... Das... Ey, alter. Das Ding wird kicken. Das Ding wird gleich... Was haben wir, Freunde? Was ist los? Als ich gerade fing an. Das war gerade. Das ist genau der Klassiker irgendwie, was mich schon so an Fallout 4 so abgefuckt hat. Irgendwie, wo du halt einfach denkst. So, wisst du, du kannst was neu bauen. Muss man das... So vernageln wie da. Muss man das so vernageln wie da. Kann man das nicht gerade machen. Kann man... Nö. Hier. So. Ach ne, wirklich. Als hätt's ein... Als hätt's ein... Geschädig da zusammen genagelt. Ein Blinder. So. So. So, vielleicht können wir hier noch helfen. Hey there, uh... Kenny. Was macht er? Er versucht jetzt sein Auto zu reparieren, oder was? Kenny, can I help? Need any help? No. I think I got it. Do you need any help? What do you mean? What do you mean, in taking care of that little girl? You know what you're doing? You got kids of your own? No kids. We liked one then. Yeah. Kenny hat was über dich erfahren. Ja. Na, wir haben ja... Was ist das jetzt vor? Hm, Ausgang. Na. Ausgang. Ist ja auch schön. Katja mit Doppel-A. Äh, 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 äh. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about two seconds and Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's, but we're a tough family Lee. Ain't nothing gonna phase us. Okay. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do it's thing. Das sind ja immer die Leckerassenfischstäbchen. So. Vielleicht noch hier mal eine Tomatamopsen. Oder was ist das hier? Ne, du kannst noch mal in den Stall gehen. Guck mal. Wenn wir mal Kerschel noch mal ansprechen. Bitte. Er muss sich. Ach, scheiße. Ja, das ist so, kann man so formulieren. Ja. Ja. Ja, das ist so. Ja, das ist wichtig. 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 Ja. Ja, das ist wichtig. 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 again. Ja. Ja. Na klar, na klar, los. Oh scheiße, oh scheiße. Ah, fuck, oh nein. Ach, scheiße. Glaubt er aber doch nicht so? Er freut sich. Glaubt er gefällt ihm nicht. Ja, Herr Schles Sohn. Du bist tot. Scheiße. Aber was, also wir mussten den Jungen retten. Ja, aber es ist ja auch sein Junge. Ja, also wir mussten... Was sollt man denn machen? Jetzt ist die Frage, hätten wir beide retten können? Nee. Du hast immer, also... Wie jemand von aus, du kannst dich beide retten irgendwie, weil du wirst... ...bei diesen Spielen immer extrem oft vor Entscheidungen gestellt. Fiese Entscheidungen. Verdammt. Daraufhin muss ich mir jetzt erstmal Kekse holen. Dann bin ich wieder da. Du hast den Jungen zu machen, wenn du es willst. Echt? Echt? Er wird die fressen und du willst die Kekse reinpfeifen? Wat? Wat? Stimmt ja nicht mit mir, Benni! Ja, jetzt haben wir auch Scheiße. Aber was sollte man denn machen? Oh, ey, sagt mir bitte, dass ihr euch auch so entschieden hättet. So, das war das anscheinend mit dem Benzin. Und ich glaube, das wird nicht die letzte beschissene Entscheidung sein, wie vor die, wie hier gestellt werden. Zum Glück musst du ja diesmal entscheiden. Hey, da! Nein, 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 nein! Nein! Wo der jetzt nicht bist? Ach, äh! Ist der Glen? Okay, die helfen uns. Glen? Nett von denen. Nur die Schleppung nicht alle. Wir werden den anderen gerettet. Wie cool, Glen ist... Und wir können nicht nur die Leute sterben. Wenn ich sage, dass die Tür öffnet ist, egal was, dann meine ich es. Wir wissen nicht, wer diese Leute sind. Sie könnte gefährlich sein. Schmerz, sie könnten sie direkt zu uns. Wo ist deine Menschheit? Wir haben Kinder mit uns. Ich sehe eine kleine Mädchen. Was ist das? Ich... ich muss nachdenken. In einer Minute. In einer Minute. Sie haben Kinder, Lilly. Diese Dinge außerhalb nicht interessieren. Vielleicht sollten Sie dann mit ihnen zusammenkommen. Sie haben etwas in der Gemeinschaft. Schmerz, Lilly. Sie müssen diese Leute kontrollieren. Carly und Glen gingen da einfach raus. Ich gebe nicht an die Flögelung. Wir gingen an die Flögelung. Sie ist nicht falsch. Sie haben ein Risiko genommen. Ja, wir haben es gemacht. Warum macht die das denn? Oh, hör mir den. Pass auf, Klemmlauf. Oh, nee, Sonne, Bitch. Man muss halt auf Blumen. Oh, er wurde nicht gewissen. Er war nicht gewissen. Wir müssen das jetzt enden. Es ist, dass wir den Großalter gingen. Nein, ich habe ihn geschnitten. Es ist kein Brot. Er ist gut. Du, die verdammten Leute, verstehst du das? Wir haben es bereits gesehen. Wir lassen jemanden mit einem Brot bleiben Und wir werden alle gebeten. Schau mal. Wir müssen ihn wegwerfen oder erhören. Kenny, stop ihn! Was machen wir über diesen Mann? Dad, es ist nur ein Mann. Lilly, ich werde das machen. Aber dein Herz, Dad. Du musst ihn calmest. Wir werden das Kind auskennen. Wir werden das Kind auskennen. Das ist das ich denke. Allein, chill die fucken. Niemand ist alles zu tun. Schau mal, Lilly. Und du? Schau mal auf. Schau mal auf. Sie werden uns finden. Und sie werden hier rein kommen. Und nichts davon will fucking matter. Aber gerade jetzt. Wir werden hier mit einer dieser Dinge getrunken. Was zur Hölle sagst du? Er hat gebeten. Das ist so, wie du wohnst. Er ist nicht gebeten. Bitte stoppt das. Es tut ihn umsetzt. Oh. Ich tut ihn umsetzt. Was ist das denn auch los? Was, wenn das deine Daughter war? Das würde nie passieren. Sie ist kein Snotnose-Toddler, okay? Sie ist die United-State-Terror-Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, Kat. Just worry about Duck. Lee. Yeah? There's someone in there. Nein. Einer drin! He's behind the counter. Probably. Nein, Mann. I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. You're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does. The first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. She'll turn fast. And then there'll be three. It's a little boy. I think we can handle it. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now! No! You don't touch that boy. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect in here, too. You wanna get violent, you old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me, though, because it's me before anyone else in here! Duh. What? No! Jesus! He just smiles at him! Come on, Ty! He must go down! He gotta go down here? Mr. He must go down here with us! What? He will be in your friend! Why are you going with us number one somewhere in here? Shht буw so about us! What you doing to... Fuck, 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 fuck! Los, turn, turn! Los. Man! So, wir schossen, aber das wird alle anlocken. Scheiße. Dankeschön. Ja. Das war trotzdem nicht so. Umschrauber. Es geht Schlag auf Schlag und unsere Superkraft ist stolpern. Schreibt die Mutti. Ja. Genau. Wo die Army kommt. Oh, alt. Ja. Ja, so ist es. Herzinfarkt. Oder so. Ja, und er wird jetzt zum Zombie. Scheiße. Was ist mit ihm? Weil der nicht, der nicht bissen wurde? Und ich sage ihm, dann soll ich beruhigen. Ich versuchte, ihn zu kalt werden. Das ist jetzt vielleicht ein Ideal. Das ist jetzt nicht der Geilte. Oh, nein. Ähm, Nitroglycerin-Pilze? Okay. Wie kommen wir da rein? Durch das Büro? Wir schaffen das irgendwie. We'll get in there somehow. Vielen Dank. Wir brauchen Nitroglycerin. Bitte in da. Ich schaue mich auf mein Vater. Alle anderen sollten sich komfy und schaue was. Wir können hier ein paar Mal sein. Ich denke, dass diese Drogstorin nicht eine Permanente Lösung ist. Du bist richtig. Das ist nicht Fort Knox. Was sagst du? Wir brauchen so viel Gas wie möglich, damit wir alle aus der Unternehmung kommen können. Fast. Agreed. Ich gehe raus und schaue Gas. Ist das jetzt quasi unsere eigene kleine Truppe? Wahrscheinlich. So klein, Alter. Alter Buddy. Cool. Clementine hat die andere. Check in mit ihr und zurückkommen. Und du? Was ist dein Name? Es ist Lilly. Mein Vater ist Larry. Lillie ist Larry. Lillie ist Larry. Diese Leute werden dir arbeiten, auf dem du deine Medizin. Das stimmt. Und du? 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 Du hast es? Und ich bin Carly. Carly. Du? 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 Du hast es, Boss. Jetzt hol' ihm diese Pille! Greeting-Karts. Oh, Postkarte, schnell schreiben. Ich war in einer Zombie-Apokalpse und alles, was ich bekam war dieses lauseke T-Shirt. Ich dachte, du machst jetzt eine Karte fertig für den Typen mit Get Well soon. Genau. So, das ist nichts. Wir müssen nur zurück in Fort Lauderdale gehen. Wir machen das schon. Hey Lee, du hast wirklich den alten Jungen gebeten. Ja, wir haben gebeten, weißt du? Du musst mir nicht sagen, ich war bereit, den Manns Kopf auszuprobieren. Wir, Kat und ich freuen uns, deinen Unterstützung. Danke, Lee. Was ist der Plan? Ich denke, es ist ziemlich gefährlich da draußen. So, wir müssen uns warten, um die Dinge zu lösen. Du sagst, deine Familie ist von hier in Meichen? Das stimmt. Wo sind sie? Wir müssen sie suchen? Uhhh, das ist weg. Sie sind weg. Oh mein Gott. Wie denkst du? Wie? Ich weiß nur, richtig? Kat, das ist nicht unser Geschäft. Du bist duk. Du bist duk. Es ist okay. Es war nur ein Schock. Wir sind glücklich als hell, dass niemand auf dem Weg in hier wurde. Keine Angst. Wie geht sie? So. Sie ist gut, ich denke. Sie ist ein schwerer Typ. Sie ist nur eine kleine Mädchen. Sie ist nur eine kleine Mädchen. Kannst du sagen, Lee? Sie hat Tage über seine eigene Zeit überleben? Das stimmt. Nicht nur eine kleine Mädchen kann das tun. Sind Sie alle gut? Wir sind einfach gut. Wie geht's dir, Duck? Wir haben alle viel durchgeführt. Lee, hast du einen Sekunden? Sure. Nein. Jetzt kommt er um die Ecke mit. Und Duck ist doch gebissen worden. Oder er ist auch. Ja. Wir haben nicht versucht, ihn zu retten. Das Blut ist an unseren Händen. Du kennst? Genau. Ist aber gelogen. Es ging alles sehr schnell. Wir haben den Jungen... Hm. Also wir wollten ja. Er ist ja weggerannt. Wir haben diesen Junge. Wir könnten ihn zusammen schützen. Wir haben getan, was wir können. Schade Dinge passiert. Wir haben keine Wahl, die zu töten. Wir haben keine Wahl, die zu töten. Aber in einem Moment. Die Dinge haben keine Wahl. Ich habe keine Wahl. Ich denke. Auf und runter. Ich ziehe meinen Finger. So einfach so. So einfach so. Wo ist das da? Boop. So einfach so. Ganz schlecht. So irgendwie. So. Oh, hier ist noch einer. Den nehmen wir auch. Ich schnapp mir alles hier. Alle Schokoriegel. Und den nehmen wir zu Clementine. Und den gibt es ihr, die alle? Oder was? Na, ich geb ihr auf jeden Fall einen. Das steht ja mal fest. Mausik. Ja. Gib ihr ins Neues. Hallo. Hallo. Kann ich, äh, hol dir etwas? Ich bin okay. Vielleicht bin ich ein bisschen hungry. Ich werde das schlafen. Ich werde das schlafen. Ich werde das schlafen. Also, äh... Du bist okay? Was? Ja, ja. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Das ist gut. Ja, ich denke so. Äh, äh... Bein gut ist... gut. Es ist gut. Jupp. Gibt es etwas Neues von Glenn? Nichts. Nichts. Ist er okay? Ja. Ich denke so. Du machst einen guten Job. Wir sitzen dran. Okay. So. Hier im Mausezahn. Hättest du schön. Danke. Natürlich. So, dann schauen wir nochmal, ob wir hier irgendwie reinkommen. Was ist das hier? Ach, Geldautomat. War schön. Also, wozu braucht man jetzt mal Geld? Zum Verbrennen, damit es warm wird. So, hier vorne lag noch was rum, glaube ich. Was ist das? Was ist das noch? Was ist das noch? Naja, das nehme ich alles mit. Äh, du bist aber auch ein Schokoriegelsammler. Ich bin Schokoriegel, Steve. So, hier, hör mal. Da ist da noch einer. Ich nehme sie alle mit. So, okay. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hinten drin? Äh... Über den Typen da? Nee, raus oder? Also, müssen wir raus? Ich hoffe nicht, oder? Nee, wir müssen irgendwie... Wie kann ich mit den Tresen und den... Achso, hier durch die Tür. Live inside. Mhm. Ja, live inside. So. Ich mach mal ne Fünnmal Wetter, dass er jetzt hier wieder irgendwo ausrutscht. Da, die Bohnenkugel da. Da wird da drüber stolpern. Seht doch, komm. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht über sie hier denken. Oh Gott. Ich kann nicht über den Tresen, in die ils nicht überlegen. Ja, das ist das Koffel. Hier, wo, das ist echt geil. Meine Eltern kamen, um zu leben zu leben zu leben. Aber es sieht aus, dass einer der meisten auf den Horten geschlossen hat, rester hinter mir. Meine Eltern? Gehört der Laden jetzt doch seine Eltern? Ja, vielleicht. Oder sie zuerst zu schützen, wie ich mich. Was? Okay, krass. Hinterkasse. Schau mal den an. Oh, schön. First Aid Kit. Solltet ihr mal. First Aid Kit. So. Glücklich ist es hier nichts, was ich hier brauche. Ja, stimmt. Aber nimm doch trotzdem irgendwie... ...was mit. Wir brauchen ja immer noch diese Nitro-Dinger, ne? Weißt du Bescheid. Euro-Palette. Alle müssen trinken. So, okay. Komm, rum zur Seite. Oh, ein Mysterio-Serbesen-Stierenfeld auf dem Boden. Ach nee, die Krücke. Was ist das? Das war mein Vater. Er hat sich hier rumgelegt. Von Zeit zu Zeit. War er sick? Nein, er war okay. Ich sah ihn mit dem Schuss. Und das hat sich in diesem Ort besser gesehen, als ob jeder Schusskopf noch nie konnte. Und er weiß, wie es so cool aussieht. Wie du mit deinem Hand. Okay, wenn wir nicht schon so lassen, ist er sehr exponiert. Du bist so smart wie das. Oh, diese Mucke ist wirklich... sehr, sehr geil. Achso, du musst wahrscheinlich den Schrank hier wegbewegen, wa? Better get this door clear, huh? Can I help? Oh, süßer Mucke. Ein kleiner, süßer Mausezahn. Here we go. Watch your fingers in the drawers. Wie geht's dir? Ja, es ist nicht so schwer. Wie schlecht mit allem draußen? Es ist nicht gut. Nein, es ist nicht. Aber ich denke, es wird okay. Hast du Kinder? Nein. Hast du keine Familie? Hm? Mach mir deine Eltern. Oh sharing. Wollen wir uns nicht über das reden? Hatgan Sie? Ich spiele Soccer, aber wirklich verminspiel mir nicht. Also, doch. Alright, ein bisschen weiter. So. Warum willst du nicht über deine Familie sprechen? Haben sie, wie, dich lieben? Ich würde mich nicht schulden. Warum? Du kämpfst? Ich kämpfe manchmal mit meiner Mutter. Ich kämpfe manchmal. Wir kämpften nicht. Wir haben nur noch lange gesprochen. Schau, meine Familie ist weg und ich wünschte, dass Dinge anders gewesen wären. Ja. Ich bin kein schlechter Kerl. Oh Gott, was? Ja, den Kopf. Ich glaube nicht, dass er den meint. Meine Eltern sprechen nicht mit mir, wenn ich in Probleme bin. Ich kann es nicht. Oh nein. Oh nein! Ich habe meinen Finger verholt. Ist es schmerzend? Ein bisschen. Oh. Gehen wir mal schnell zum Erste-Hilfe-Kasten. Ich finde dir einen Bandage. Schmerzend. Nun. Nun. Ja. So, first I eat. Was ist das? Dad! Warte, fernseher. Warte. Ferne, fernseher. So. Das ist der Fernseher von meinem Vater. Lee? Was ist, wenn meine Eltern nach Hause kommen und ich nicht da bin? Taylor, schau uns an. Nichts. Ja, okay. Aber wir sollten sich anschauen. Ich habe meine Walkie-Talkie, falls sie diesen Weg versuchen. Bleib zu mir bis dahin, okay? Haben wir nicht das andere mitgenommen? Ja, aber das kannst du halt erklären. Maus nicht sagen. Soll ich jetzt erstmal den Fernseher machen? Nee, lieber nicht machen, dann macht Lärm oder was? Ich weiß nicht, ich würde sie erstmal verraten. Vielleicht kommt ja jetzt gerade meine Lieblingsserie. Kaby hört, dass Benni und Steve gerade streamt. Würde ich mir jetzt gerne anschauen. Ja, man muss doch mal Prioritäten setzen. So, äh. Ja, bin ich nicht aufgefasst. Zieh an den Finger. Was ist das? Wurde es, wenn ich das mache? Ein bisschen. Nicht zu viel. Bist du sicher? Ja. Oh. Lass uns jetzt diese Karte aufgefasst. Ja, bitte. Das war's, was ich dachte. Wozu zur Hölle kann ich diese Fernbedienung finden? Da ist ein Foto über da. Zieh das Foto. Oh, wir hatten noch einen Bruder anscheinend. Ah, der sieht aber aus, als ob ein Arzt geworden ist, oder? Ja, Arzt oder Arzt. Tatsächlich, ja. Findet irgendwas? Kommt, zieh doch einmal her. Ich weiß nicht, ob wir hier sind. Es ist ein Foto der Familie, die in diesem Ort befinden. Das könnte uns helfen, die die Karte aufgefasst. Ich weiß, wer du bist. Du bist. Du bist Lee Everett. Du bist ein Professor in Athens, der hat einen Städte-Senator gesessen. Das ist deine Mutter. Das ist deine Mutter. Du bist in der Stadt wissen, dass der Karte aufgefasst hat. Aber ich bin ein Reporter für W.A.B.E. in Atlanta. Ich habe mich auf den Trennen. Vielleicht bist du ein Mörderer, aber ich weiß nicht. Das ist eine Fähigkeit, die in Andi kommen. Hm. Du sagst jemandem da, wer du warst? Oder dass du bist in diesem Ort? Das Welt ist hier vorbei. Wer weiß, wer ich bin? Wenn du nicht sagen, dass die Leute finden, eine Chance für dich auf dich schreiten, besonders wenn der Flasch auf die Flasche riefst, du bist ist in Ordnung. Was auch immer. Du siehst wie ein guter Mann. Und das letzte, was wir brauchen, ist Drama. Du hast diese kleine Mädchen, die sich vorzunehmen. Schau, mach mich nicht falsch. Ich habe nicht planen. Gut. Weil wenn das länger dauert als ein paar Tage, und du bist für die Gruppe, dann hätten wir ein Problem. Ich höre dich. Ich behalte es mir selbst. Sollen wir einfach sagen Danke und... Oder sollen wir uns doch vielleicht eher auf Augenhöhe bringen? Wie kann ich dir denn vertrauen? Ja, mach doch einfach mal. Also, Antwort 2. Ja, ja. Wie kann ich dich vertrauen? Du kannst nicht, ich glaube. Aber du hast nicht viele andere Optionen. Aha, 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 aha. So, okay. Wollen wir mal probieren durch die Tür durchzukommen? Ah, ja, naja, wir brauchen ja noch die Pillen für den blöden Typen da. Die finden wir hoffentlich da drin. Aber ja, war ja schon eigentlich... Ich hatte ja schon gesagt, dass das Tür abgeschlossen ist. Frage ist also, wo finden wir den Schlüssel? Vielleicht hier? Vielleicht am Stock? In so einem kleinen... Einfach? In so einem guten Nachricht. Wer weiß? Äh... Einen Stock können wir aber nicht... Ich glaube, einem fehlen, oder? Ist das... Ne, ist Apotheke. Okay. Vielleicht hat ja... Die kleine Maus ne Idee. Glaubst du, alles sind okay? Hast du von kleinem gehört? Wie geht's deinem Finger? Na ja... Wie geht's deinem Finger? Das ist okay. Danke, dass du es arrayingst. Da sind ein paar Leute planningen, oder? Ich warte an diesen Schmack. Und jetzt werden wir in den Chatzen schauen. Was ist das? Eine Sachen! Peki, wir einzeln! 1,2,3,1,5,8,4,4,4,3,4,5,4,4,5,4,5,1,5,5,5,4,4,4,5,5,6,5,5,5,6,5,4,5,5... Vielen Dank.